Guck mal, neue Schuhe und eine neue Jacke und einen bescheuerten Freund. Kannst du dir das vorstellen, der ist da, der ist dort, der ist überall, nur nicht bei mir. Ich meine, dann fährt der aufs Schiff. Segel setzen? Klar, weil das ja auch so wichtig ist. Und dann kommt er nicht nach Hause. Nein, dann geht er auf die Rennbahn. Das ist ja auch wichtiger, auf die Rennbahn zu gehen. Was ist eigentlich mit dir heute los? Manuela? Ah, warte. Ja? Wer ist da? Nein, das kann nicht sein, weil ich direkt vor ihr sitze. Nein. Hier in deinem Bett. Nein, das mache ich nicht. Nein. Ja, okay, aber wir sehen uns später. Ciao. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Vielen Dank.